Wir kamen zurück zu Xenoblade Chronicles. Im letzten Part haben wir Melia gerettet und diese Telesia besiegt. Und wir haben mit Sorion Antiqua gesprochen, der uns leider nicht gehen lassen will. Yeah, Harmonie Münze. Sie kamen zu sehen? Rikki's Freund, Meli! Oh, Meli, Sie sahen toll. Oh, Rikki ist so stolz. Oh, Rikki ist so stolz. Oh, Rikki ist so stolz. Wie eine großartige Garten. Die Arrangements, die Fountain. Wenn die Kolonien ist, kann ich ein paar Ideen? Meine late Mutter adoriert diesen Ort. Late Mutter? Aber ich dachte, Ihre Mutter war... Her Herr, der erste Consort, ist nicht meine Mutter. Meine Mutter. Die Mitglieder der Imperialen Familie müssen zwei Wifte nehmen. Eine Homs, eine High Entier. Meine Mutter ist die zweite Consort. Ich bin half Homs, half High Entier. Melia. Melia, live hier? Ja, Rikki. Ja, Rikki. Since I was young, I cannot walk outside as you see me now. So this garden gives me much relief. What's wrong with how you look? Who cares if your half Homs will always be you? Their way of thinking differs from us. Different ways. Different morals. So that's why you wear a mask in public? Yes. Sure. In less than an hour, there will be a banquet in the palace. I would like you all to come. Oh, Rikki's so hungry. He could even eat smelly or nougat. There'll be plenty to eat. Finally, some decent grub. I haven't eaten anything since breakfast. What's on the menu? Any High Entier specials? Do not embarrass me at this dinner. Expectations lead to disappointment. We are talking about Ryan here. What? That's the last time I sit next to you, then. I have much to prepare. I will have someone call for you later. We can't wait. Is there something wrong? No. You are a funny one. Emperor! It can't be! Shulk! It's the Emperor! Vater Another vision Chuck, what did you see? On that tower On Prison Island What does the siren mean? Mechon, they're coming The water is again Am burning No Report Yes, sir We received a report from our south station Mechon are approaching Impossible Kallion Your sister's time has come Your majesty There is only one course of action left We will not waver from our destinies Father Kallion Take charge of the capital's defences I will go to Prison Island Uh oh Hello Tell me What happens to my father? He It follows my last vision We're on Prison Island Metal Face and your father Prison Island? Why would father go there? No I must go to the palace I must stop him I will go to the audience chamber Wait, Malia We're coming to He's coming to the palace We're coming to the palace Why should we go in? Well, we're coming to the palace We're coming to the palace So, ich hätte sie erst ausrüsten können. Wo ist die Kaisermaske? Mit 3 Stunden. Ok. 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 Ah, da war kein Saku. Ok. Na ja. Schnell! So ein Antiquar ist in Gefahr! Kommt schon Leute! Ich weiß nicht ob ihr es seht, aber ich seh es. Da drüben auf der Gefängnis ist die Insel tot gerade in der Krieg. Ob ihr es seht, weiß ich nicht. Ich hoffe es mal. Warte nochmal. Haben die irgendwelche Socken? Hm, nein. Ich gehe jetzt zuerst zum Shop. Falsche Richtung. Da gehts raus. Der Shop ist mir im Moment wichtiger. Ich brauche noch eine gute Kopflüstung für Melia. Und eventuell auch noch andere gute Sachen. Ich hoffe, dass ich es im Moment leisten kann. Nur ich hoffe, dass ich es im Moment leisten kann. Denn ich bin ein bisschen Bankrot. Beliebter Stab. Hat aber noch einen Sack in mir. Der Aerys Schmuck ist besser. Badespaß oben. Badespaß unten. Okay, Aerys Schmuck. Nein, falsch. Ja, können wir gelten lassen. Hauptsache es ist jetzt wieder Verteidigung. Upgrade Punktstimme mal kontrollieren. 3000. Windruf. Ne, das mal nicht. Ja, das kann ich eh nichts mehr machen. Okay. Diese Tafel, Bionis gegen Mekonis. Was ihr im aller, aller ersten Part gesehen habt. Die Treppe sieht übrigens sehr genial aus. Die Treppe sieht aus. Bruder! Wo ist Vater? Melia. Die Imperial Staff. Die Imperial Staff. Es ist... So Vater hat's gone. Ich... Kallion! Der Emperor hat nach der Isle, allein. Für den Sack des Empires. Warum hat er ihn verletzt? Vater! Der Constitution... Ih come Sack des Lebens. Und von! Der真. Auf jeden Fall ist er immer wieder drin. Von! Von! Ein Mann. Ja relativ Saint Jahr! Sch gefiel euch lieber eins von. wenn er kenntisiode. Waffe. duo. Du als « punteren gewonnen. Wenn er weiß, chausen sprang!" Dann warum? Das bedeutet nicht... Verzüge ihn, Schulk. Sein Leben war lange lange entschieden. Nein! Schulk, wir gehen. Aber Dunban... Respekt? Destin? Wir brauchen die Regeln zu sagen, wenn wir die Leute wir interessieren. Du auch, Melia. Nicht auf ihn. Der Emperor, dein Vater, ist going to die. Dunban! Es ist nur eine Sache zu tun. Du mit mir? Natürlich! Aber du kannst nicht. Wir sind Homs. Du musst. Aber deine Regeln nicht interessieren uns. Meine Entschuldigung, Dunban. Keine Entschuldigung. So, Melia. Was soll es sein? Wir gehen zur Präzion Island. Wir gehen zur Präzion Island. Also, wenn Dunban nicht dabei wäre, dann wäre schon fast jeder gestorben. Wenn sie retten wollten. Flatsch. sehr schönes bild ja es wird langsam nacht du hast sicherlich nichts neues noch nicht sagen wir mal so ich will immer nach rechts gehen Alchemos Haupttor lang lang war ich schon nicht mehr draußen es lieb Die Festation ist begonnen zu bunt me, ha, 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 ha! Unmanned Kraft, gebaut von Ancient High-End here. Ist es zu viel, um das zu helfen, dass es die letzte von ihnen ist? Die Festation ist ein, ha, ha, ha! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Naja, mal sehen wo das hinführt, das führt nach unten. Ja, da vorne ist die Zentralinsel, da vorne, das heißt ich bin hier richtig. Schriebene Schrift Nr. 7, Alter, die Gefängnisinsel wird richtig geil, Stehlamar, schauen Sie mal, die geht. Was ist der Glorin-Number, bitte nicht. Nein, da ist Donut bei uns. Ja, ich bin auch sprachlos. Okay, mal gucken, ob die Familie gut sind oder nicht. Nö. Für allen nicht so gut. Naja, let's keep going. Du greifst mich nicht an. Schade Kirchis. Bei so Eternity vertreffend ist gut wie immer. Lowe ist mal. Da haben wir den Scheidt gemacht. Jetzt haben wir schon 4 Gegner. Und ich wollte eigentlich nicht leveln. Ich wollte eigentlich nur den Schaden Kirchis machen. Ähm, wieso stirbt Dunban bald? Level 38. Wurde er jetzt vergiftet? Nein, ich wurde vergiftet. Ich habe noch nie. Wir sind meine Power. Miriam, nicht gut. Things are going to plan. Exist Biscuit für Keeling. Ich bin mit der Macht. Flair, Input. Es wäre toll, wenn du nicht mehr so wie die Zeit. So, das ist wie es. Wir haben das schon gewusst. Nein, das ist nicht es. Ich bin speechless. Immer diese Kommentare. Illusionsverteidiger und Böenschuss. Okay. Eweiss Schmuck. Da haben wir noch eine. Okay, dann auf zur Zentralinsel. Und mein, lasst mich jetzt bitte mal in Ruhestellermar. Alter, ist doch naart. Illusionsverteidiger. Deutlich schwächer als Blütenschläger. Ein Böenschuss. Gar nicht mal übel. Es hat noch ins Lot. Okay, dann bekommt es auch noch das. Melia bekommt noch stärkerer Äther-Angriff. Physische Abwehr können wir runter machen. Und dafür richtig auf Äther gehen. Okay. So, wenn der uns jetzt sieht, laufe ich einfach weiter. Tja. Nämlich habe ich keine Lust mich weiter zu leveln. Ja, da ist die Zentralinsel. Zentralinsel-Insel. Zentral-Siegel-Insel, so. Gehen wir zuerst nach rechts. Schwebnis-Lift Nr. 10. Okay, das Fett da draußen hat sich wieder beruhigt. Wachkuttel. Ach komm. Stärke. Höher. Hast. Na was? Nö. Tschüss. Kartal-Siegel-Insel. Nimm allein Smone. Stelama, Kurian, Kuttel. Tarifa, Kuttel. Ja, also man merkt schon, dass da die Gegner schon etwas besser gelevelt sind. Na, immerhin ist der Wachkuddel nicht Level 37. Ich glaube, ich habe jetzt ein kleines Problem. Ich will nicht gegen Sophie auf einmal kämpfen. Zumal Lapart schon zu Ende ist. Vorbei, vorbei. Jetzt kann ich beruhigt den Part beenden. Tschüss Leute. Da. 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 Da.